hallo meine flesse bestellung kam an ich freue mich riesig ich habe echt glück gehabt dass die doch noch kommt ich muss hier ein bisschen höher stellen dass sie mich auch sehen könnt und zwar packen wir zusammen aus was ich für mich im flesse ergattert habe richtig schöne kleine schätze also es ist kein riesengroßes paket sondern wirklich eine kleinigkeit das was ich wirklich dann auch brauchen kann hier diese jack skellingen lampe dann habe ich ein paar dürfte den oben den mariana duft von könig der löwen und wally und dann habe ich hunderttausend sind wirklich in sie salden avocado badreiniger hat den coastal sunset und ein neues spülmittel in maker splash dass einfach neuen duften habe und diesen wally oder wally duft der ist ein schöner grüner pflanzenduft und ich brauche einfach ab und zu was frisches auch gerade herbst winterzeit wo so würziger ist einfach wirklich was ganz frisches neutrales ohne irgendein anderes schnickschnack ich habe mir dann noch drei duftsäckchen geholt einmal sensi clean den sun kiss citrus die zwei liebe ich sehr und ich habe den sensi clean gerade im auto hinten dran an einem kleiderhaken und das riecht und duftet so extrem richtig richtig gut da war ich voll begeistert also ihr seht ihr hier auch noch den kleinen sensi body clip die ganzen dürfte das war meine kleine aber feine schöne ausbeute der oben duft ist auch voll toll war jana duft genau und dieser süße kleine hirsch schön einen schönen tag wünsche ich euch bis dann